Welche positiven Dinge sehen Sie und Ihre Partei an der Europäischen Union am allerwichtigsten? Ich kann jetzt nur in erster Linie für mich sprechen, aber gleichzeitig wird es sicherlich auch Punkte sein, die die SPD vertritt und für die ich dann auch wieder mitsprechen kann. Also natürlich ist Europa für uns eine Friedenspartei oder ein Friedensprojekt. Das heißt, seit es Europa gibt, hatten wir keinen Krieg mehr und so soll es auch sein. Wir profitieren von Europa ohne Ende. Wenn ich sage wir, dann ist es Deutschland. Wir sind Exportweltmeister. Das heißt, das, was wir rausgeben, bekommen wir dann an Geldern auch wieder zurück. Was wir an Ware rausgeben, bekommen wir als Gelder zurück. Handelsfreiheiten, offene Grenzen, Jugendaustausch, Kulturen, die miteinander sich respektieren und doch voneinander lernen. Das sind Punkte, die wir für extrem wichtig halten. Der gemeinsame Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, das ist ein großer Punkt, den wir gerade in Brüssel und Straßburg mitdiskutieren. Aber auch, was die Sicherheitszonen außerhalb oder am Rande Europas betreffen. Oder auch das große Thema, wie gehen wir mit Schutzsuchenden um, wer unterstützt wen, weil es dann doch auch eine große Solidargemeinschaft ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir zur Wahl gehen, um diesen Frieden auch zu erhalten. Europa ist nicht selbstverständlich. Das sehen wir an vielen Bewegungen, ob der Brexit das ist oder Polen oder Ungarn. Deshalb ist es wichtig. Europa ist auch Demokratie. Das heißt, wir müssen unsere Demokratie bewahren und weiter auch dafür kämpfen, dass sie besteht. Europa ist die Zukunft der Jugendlichen und auch der Kraft, die wir für Europa als eine Stimme haben. Das heißt, nur als ein großer Staat können wir in der Welt, in der Globalisierung überhaupt bestehen. So können wir nur gemeinsam als eine Stimme gegen die USA, gegen Russland oder China uns behaupten. Ansonsten wären wir ein kleines Land, ein kleines deutsches Land in einer großen Welt gegen USA, Russland und China. Und das darf nicht sein. Deshalb ist es wichtig, zur Wahl zu gehen. Ich war auch kritisch gegenüber Europa und habe auch festgehalten an meiner Währung. Aber je tiefer man einsteigt und je stärker man sieht, was Gemeinschaft bedeutet, merkt man, wie wichtig Europa ist. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass es Kräfte sind, die sehr stark jetzt wieder auf dieses nationale Gefüge zurück wollen, weil sie denken, es geht ihnen dann besser. Davon bin ich fest überzeugt, dass es nicht der Fall sein wird. Alleine wird Polen oder Ungarn oder welche Kräfte auch immer wirken, nicht bestehen können in dieser starken, in dieser schnellen Globalisierung. Das, was in Großbritannien passiert ist, ist passiert, weil viele junge Menschen und viele Menschen sich haben leiten lassen von sozialen Netzwerken, weil sie einer Lüge aufersessen sind, ohne stärker vielleicht auch zu hinterfragen, was denn das bedeutet, aus Europa auszubrechen. Was bedeutet das denn nicht mehr, in einer Gemeinschaft zu agieren, zu handeln, eine Stimme gegen die USA zu sein, eine Verhandlung mit China zu führen? All das wurde nicht hinterfragt. Und das sehen wir jetzt erst, jetzt, wo immer stärker der Austritt von Großbritannien kommt, welche Auswirkungen das nicht nur für Großbritannien hat, sondern auch für Deutschland, für Europa und für die Welt. Also gilt es für die SPD und für sie damit natürlich auch, bei der Europawahl das Kreuzchen an der Stelle für Europa zu machen und nicht dagegen. Es geht nur mit Europa allein. Nur gemeinsam sind wir stark, nicht allein. Das ist ja auch das Motto vom Netzwerk Norddeutschland. Daher kennen wir uns. Darum klinken wir uns ein in diese Informationen zur Europawahl, um einfach nochmal genau Überblick zu geben, was ist das eigentlich, was geht da ab, um genau diese Lücken zu füllen, die vielleicht die sozialen Netzwerke, wenn nicht schon gar nichts, sonst einfach mangelhaft und falsch erfüllen. Und darum freuen wir uns, dass Sie dabei sind. Svenja Stadler, ganz herzlichen Dank. Danke. Wir freuen uns auf alle weiteren Gespräche, die wir mit Ihnen haben. Und wir drücken mal die Daumen zur Europawahl 2019 und danach unterhalten wir uns spätestens weiter. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Ich danke Ihnen. Sylvia Karasch, Netzwerk Norddeutschland, Anna Kamerabian Kemke.